Das ist Burani Banjan. Es ist ein afghanisches Gericht und ich wollte mehr über die afghanische Kultur lernen. Ich habe dafür Auberginen geschnitten, gesalzen und zur Seite gestellt. In der Zeit habe ich Tomaten geschält und in Stücke geschnitten. Außerdem in einer Pfanne eine Knoblauchzehe mit etwas Öl angebraten. Dazu habe ich noch Cayenne-Pfeffer, Schwarzen Pfeffer und Salz gegeben. In die Pfanne habe ich noch die Tomaten gegeben und diese köcheln lassen. Zurück zu den Auberginen. Die habe ich trocken getupft und in einer Pfanne mit Öl goldbraun frittiert. Es fehlt nur noch der Joghurt. Den habe ich zusammen mit einer Knoblauchzehe vermischt, bis er cremig wurde. Der Joghurt und die Tomatensauce waren einfach die perfekte Kombi für die Auberginen. Kultur bedeutet für mich auch Essen.